Hallo Freunde, ihr seht schon, es ist nächster Tag und wir sind jetzt auf dem Weg zum Aquarium und ich hab euch nichts mit dem Tunstück mitgenommen, weil, ähm, weil, ähm, ja, das Handy ausladen musste und ich wollte noch sagen, dass die Videos, die ihr seht, sind immer quasi vorproduziert, also sie sind immer einen Tag davor gedreht worden. Also heute ist Dienstag und das Video, was ihr seht, also das Video hier, kommt wahrscheinlich erst morgen am Mittwoch raus. Das heißt, das Video, was ich am Montag gestern gedreht hab, kam heute raus. Also heute am Dienstag. Ja, und dann, nehm ich euch mal mit, ne, würde ich sagen, sehen uns gleich wieder. Leute, zieht euch rein, wie viele Tauben hier sind. Hallo. Zieht euch das rein. Hallo. Das ist nice. Hallo. Mother. What the freaking banana? Das sind 100 Millionen Tauben. Alles klar. Okay, ich werde hier mal so ein bisschen rumgehen. Ja, gut. Kann man machen. Aber auch lassen. Hallo. 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 Ich mag eigentlich Tauben. Ich meine, zu sagen, Tauben wären wie Raps aus der Lüftung, ist aber gar nicht. Ich meine, Tauben sind die einzigen Kögel, die ihnen den Kindern Milch geben. What the fuck? Ja. No. Guck mal, die Stadt, die bewegt sich. Warte, ich zeig's mal kurz. Aber ich nehm mich eben drauf. Ist schon nice. Okay, ich muss jetzt Energie sparen. So beautiful. Leute, ich weiß nicht, ob dieser Tag heute noch einteilig wird. Ich glaube, er wird höchstens ab und wenn, dann nur zweiteilig. Ich hoffe, dass er einteilig wird. Leute, da ich nur noch wenig Prozent habe, wird dieser Tag heute wieder zweigeteilt. Sorry dafür. Aber, ähm, ihr kriegt dann das, ähm, Aquarium auch noch. Keine Sorge. Morgen versuche ich dann, letzter Tag einbeteilt zu machen. Ciao, Leute. Ciao, ciao.